Ich komme zu einem neuen Letzt-Vlog, Nico im Tor, ich halte die Kamera und ja, ich kündige eine Challenge an. Ich spreche auf Russisch, weil meine Eltern kommen daher und der Nico spricht Englisch, es sind keine Stimme-Wörter dabei und wir werden extra alles langsam reden, damit ihr auch alles versteht so. Und ich habe das von meinen Eltern gelernt, ohne Lehrbuch sowas oder irgendein Scheißbuch oder was auch immer. Sprechbuch. Kann losgehen. Ich muss nur drei Sprachen im Kopf merken, Englisch, Deutsch und Russisch. Das ist für mich schwerer als für Nico, da muss ich zwar auch drei Sprachen merken, aber Russisch ist die schwächste Sprache, die es gibt. Die versteht man nicht so einfach, wie du denkst, ne? Jojo, Jojo, ich hau dir auf die Fresse, Jojo. Ich bin Französisch. Na, ne, lieber nicht, ich verstehe kein Französisch. Ja, und? Ich... Trotzdem wirst du schon irgendwie verstehen, was ich sag, oder? Ich werde es ja langsam sagen, ey, so wirst du es verstehen können. Aber leider nicht drinne. Meine Kamera halten, da habe ich es nicht so, das kann ich nicht. Ja, der war drinne. Lockett, Alter. Listen to, listen to. Was heißt listen to, sagst du mir noch? Listen to. Zuhören. Listen heißt hören. Ich habe auch listen to gesagt. Oder to, da. Fuck damn it, ey. Nein, ich wusste nicht. Nein, Nico, nein. Tor. Entschuldigung, Leute, wenn es so schlecht aussieht, gerade mal. Ich kann es einfach nicht. In der nächsten Folge bleibe ich die ganze Zeit nur im Tor. Nico, tut nur die Kamera ein. Du kannst es besser als ich, oder? Geht es zu, du kannst es besser. Also, komm, sag. Gar nicht. Weil mir sieht man dich kaum. Und Leute, fragt euch nicht mal, warum der Nico so dunkel in der Aufnahme aussieht und ich so. Weil es wird langsam dunkel in Deutschland. Hab ich recht. Ist ja schon Winter ohr. Oh, du Sack. Du Sack. Oh, du Sack, Pelo. Ich penetriere dich, geil. Ich, mitten. Jack Namens hat Angst vor deiner Mutter. Ja. In der Ecke. Hulk. Das war Hulk, Mensch, bitte. Und das ist Passschuss von Eric Gerd. Im Namen von Eric Gerd 3. Hulk. Nico, da muss man sich auch mal anstrengen, hier. Ey, so ein Nico. Wie kann man, woher hat man nur anstrengen? Ja. Nein. Nein. Fuck you, echt, Alter. Fuck you. Was ist denn, fünf Minuten? Das sind ja erst gleich fünf Minuten. Meine Aufnahme, äh, meine Kamera geht nicht so schnell. Meine LG-Handy-Kamera. Ja, gleich sind's fünf Minuten, keine Sorge. Aber wie hat das Video abgebrochen bei dem, das erste, bei fünf Minuten? Ich denke, du, ich denke, ich hab die falsche Tasse gedrückt, weil ich's nicht gesehen hab. Fuck. Ausgetrickst, Alter. Gleich bist du, und gleich bist du dran mit Aufnehmen. Ich mach jetzt, über 10 Minuten Aufnahme. Look at that. Look at. Penis so schwein. Schwanzgesicht, Alter. Schwanzgesicht. Schwanzgesicht. Äh, ja. Ein Schuss, würde ich sagen, und dann muss ich jetzt so gleich. Warte, wir brauchen noch die 8. Warte, du brauchst immer zu schießen. Wieder zu schießen. Tja, äh, wir kommen, gleich, äh, kurzer. Er kommt zurück. Und, ja, ähm, ich, ich bin, ja, jetzt ist so, und noch was. Ähm, Katze, die Kommentare, die sie vorweg geschossen haben, die wieder nichts gehalten haben, die sie vorweg nicht gehalten haben, die sie vorweg nicht gehalten haben, die sie vorweg nicht gehalten haben, die sie so reingeschossen haben. Aber Niko nichts vorgaben muss, was ja nicht. Natürlich ist ein paar Sekunden aufschreiben. Wenn du meinen Kanal findest, du musst Eric ja freischreiben. Äh, es du erregst, dann getrennt. Gerd und dann drei. Wahnsinn. Kopfballkulostik. Dann findest du meinen Kanal, kein Blut, ich muss einfach noch reinstecken. Du hast oder nicht garoraus. geht, wir gehen, ich Author. Ich sagte, ich dachte, ich weiß, wir müssen auch wenn Hola ist. Vielen Dank.